Ich bin Georg Meckle, Philosoph, analytischer Philosoph und hatte die große Freude und Ehre, auch in meinem Leben eine Gesellschaft zu gründen, von der ich glaube, dass sie nötig war, von der ich glaube, dass sie große Aufgaben noch vor sich hat und auf die ich, wenn ich zurückblicke, auf die Anfänge und die Entwicklung und die Zukunftsmöglichkeiten, auf die ich als Mitinitiator dieser Gesellschaft stolz bin, die Gesellschaft für analytische Philosophie, kurz die GAP. Was macht ein Handwerker, wenn er seine Arbeit gut machen möchte? Er legt vor der Arbeit zunächst mal seine entsprechenden Gerätschaften parat. Den Hammer, die Wasserwaage, die Säge, je nachdem, welche Probleme er zu lösen hat. Und von daher glaube ich nicht, dass die analytische Philosophie die eine Methode braucht, aber sie braucht je nach Problemlagen unterschiedliche Geräte. Und ein guter analytischer Philosoph ist jemand, der wie ein Handwerker für die unterschiedlichen Aufgabenstellungen seine Instrumente am besten beherrscht. Die analytische Philosophie war ganz klar in einer extremen Minderheitenposition. Was nicht verwunderlich ist, weil die Tradition der Philosophie in Deutschland, vor allem wenn wir an die große Unterbrechung der Kultur im Dritten Reich denken, die analytischen Philosophen lebten nicht mehr in Deutschland. Die waren in Österreich und in Polen, in Berlin auch, in unterschiedlichen Gruppen konzentriert und waren dann von den Nazis zur Emigration gezwungen. Es gab keine analytische Philosophie in Deutschland. Bis dann eigentlich Wolfgang Stegmüller den Ruf in München bekommen hatte und er von daher ganz klar der Gründungsvater der analytischen Philosophie in Deutschland geworden ist. Das war dann die kleine, aber sehr wirksame Stegmüller-Schule. Es gab ja auch die Richtung, die uns sehr nahe liegt. Und diejenige alternative Gruppe außer der analytischen Philosophie, wie sie sich zum Beispiel in der Stegmüller-Richtung gelehrt wurde, war die sogenannte Erlanger-Schule oder der logische Konstruktivismus. Die Erlanger-Schule hatte zum Teil bessere Kontakte zu den Kollegen in der DDR als wir. Nicht für alle Probleme, aber für viele, hauptsächlich auch theoretische Probleme, da braucht es ein gewisses logisches Instrumentarium. Nur das Instrumentarium war unterschiedlich ausbuchstabiert und Lorenzen, der Hauptkopf dieser Erlanger-Schule und dann einer seiner wichtigsten Schüler, Kuner Lorenz, die hatten ja eine Konzeption von Logik, die enger angedockt war an das natürliche Argumentieren, in dem schrittweise dann sozusagen ausbuchstabiert worden war, in Schritte, die in Dialogen zu beachten sind, damit die Gesprächspartner sich vergewissern können, was der Ausgangspunkt ist, den sie gemeinsam haben, und dann austesten können, wie weit diese gemeinsame Basis trägt. Da gibt es keinen großen Streitpunkt, würde ich sagen. Das ist eine bestimmte ausbuchstabierte Variante von Logik, wo kein Widerspruch zu anderen Ansätzen besteht. Wir haben aber so feinkörnig geguckt, wo es bei diesem Übersetzungsprozess Schwierigkeiten gibt und wo es glatt durchgeht und haben über diese kleinen Schwierigkeiten Jahre verbracht. Wie immer, wenn zwei Gruppen sich nahe stehen, ist der Abgrenzungsmechanismus sehr fein eingestellt. Beide Richtungen grenzten sich so stark voneinander ab, dass man Feindschaften direkt riechen konnte. Und damit der Blick auch dann für größere Probleme, die eigentlich beide Richtungen betrafen, untereinander nicht diskutiert worden. Es gab noch eine andere Gruppierung, die in der gleichen Lage war, und das war die kritische Theorie. Was mich am stärksten belastet, auch heute noch, ist, dass diese beiden Schulen, die gesungen waren, zum Teil aus den gleichen Gründen, auch der jüdische Anteil der Kollegen war in beiden Richtungen sehr hoch, auch mit traditionellen Hintergründen, die in das aufgeklärte Judentum auch zurückgehen, dass diese beiden Schulen, die als einzige gezwungen waren, in die Emigration zu gehen, dass die nach der Rückkehr nach Deutschland sich von dem Rest der Philosophie gegeneinander ausspielen und damit gegenseitig blockieren lesen. Also eine extreme Dummheit von beiden Seiten. Also ich sehe in diesen beiden Richtungen natürlich unterschiedliche Methoden, Ansätze, unterschiedliche Hintergründe. Aber wenn es darum geht, was beide Richtungen von Philosophie über die engen Probleme, philosophischen Probleme hinaus mit Blick auf gesellschaftstheoretische Verantwortlichkeiten leisten sollten und auch leisten könnten, da wäre mein Traum, dass beide Richtungen sozusagen nicht fusionieren natürlich, diese Dummheit nicht nochmal begeben. Vor allem auch mit Blick, dass die Geschichte sich ja auch wiederholen könnte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die analytische Philosophie in Deutschland ein weiteres Mal vielleicht emigrieren muss. Wenn wir auf die Entwicklungen gucken, was auf der rechten Seite der Politik los ist, da haben beide Richtungen Verantwortlichkeiten, die sich nicht neutralisieren lassen sollten durch Kämpfe gegeneinander. Und zufälligerweise hatte ich, als ich bei der Bundeswehr gewesen war, ein Buch gelesen gehabt, das hieß Einführung in die Logik und auf Seite 30 blieb mir der Verstand stehen, ich kam nicht weiter. Und ich hatte geguckt, ja, was bietet sich in München so an Philosophie an und hatte gesehen, einer der dortigen Mitarbeiter bietet ein Seminar an, genau zu dem Buch, wo ich auf Seite 30 stehen geblieben war. Das war eine Einführung in die Logik von Eike von Savigny. Und ich ging hin und als wir bei Seite 30 ungefähr waren, meldete ich mich und sagte, ich verstehe es nicht. Eike stutzte und sagte, oh ja, im Buch ist ein Fehler. Eike war der beste Einstieg für mich in die angesächsische Philosophie in Oxford und in Cambridge. Und ja, ich war glücklich in diesem Kreis. Das war mein Einstieg sozusagen in die Stegmüller-Schule. Schwerpunkt der Stegmüller-Schule war ja ganz klar Wissenschaftstheorie und Logik. Es war ein sehr enger Fokus. Und mich hatte auch schon sehr früh weniger jetzt nur die Sprachtheorie oder auch nur die Logik interessiert, sondern was ich eigentlich auch geklärt haben wollte, wären eher auch gesellschaftstheoretische Polemik gewesen. Und dazu fand ich am Stegmüller-Institut eigentlich dann nichts. Erst als ich dann eine Assistentenstelle bei Franz von Kutscherer in Regensburg bekam, bei dem Konkurrenzsituationen nicht in der Weise vorkamen, wie sie doch in der Münchner Zeit eigentlich auch die Gruppensituation geprägt hatten. Erst damit eigentlich fühlte ich mich im Denken frei. Diese Freiheit verdanke ich nicht der Stegmüller-Schule, sondern verdanke ich Franz von Kutschauer, den ich nebenbei gesagt für den größten analytischen Philosophen halte. Also Ostdeutschland oder DDR war für uns eigentlich als philosophische Landschaft nicht existent. Was sich dann geändert hat in dem Maße, als man merkte, es geht in eine Richtung, wo sich uns plötzlich auch die Augen öffneten, es stimmt gar nicht, dass es dort keine analytische Philosophie gab. Leipzig und Ostberlin, da gab es zwei Logikerschulen, die sich zum Teil besser um die neuesten Arbeiten der alternativen Logiken gekümmert hatten, als es wir im Westen kannten. Das typische DDR-Lehrbuch zu alternativen Logiken war das von Lothar Kreiser. Und das hatte ich damals auch studiert. Da hatte ich einen groben Überblick, was es an DDR-analytischer Philosophie gab. Wobei, man muss das hinzusagen, natürlich die Logik ja auch gerade in dem DDR-System ein großer Schutzfaktor war, weil für die industrielle und Computerentwicklung natürlich, das geht nicht ohne Logik. Und da war klar, da werden auch Leute gebraucht, die die Grundlagen dieser Techniken beherrschen. Die hatten damit sozusagen einen gewissen Schutzraum, in dem sie aber auch andere Fragen behandelt hatten. Das war einer der Böden, auf denen dann die Idee kam, ach ja, es könnte sein, dass es in Richtung Vereinigung geht. Und da sind wir schon bei einem der Hauptmotive dann, die auch zur GAP ja geführt hatte. Weil die GAP ist kein westdeutsches Instrument, sondern war von Anfang an ganz klar ein Gemeinschaftsprojekt. Was waren die Gründe? Einen der Gründe hatte ich schon gerade benannt, dass sich abzeichnete, dass in Deutschland insgesamt eine Änderung ansteht, die uns mit Kollegen in Kontakte bringt, die wir vorher nicht hatten. Einer der wichtigen Motive war, habe einen Blick auf das, was in Deutschland insgesamt geschieht und nicht nur in München, nicht nur in Konstanz. Der zweite Punkt war, und das war hauptsächlich, wo meine Mitarbeiter dann mit auch eine große Rolle spielen, ohne Christoph Hege und Ulla Wessels gäbe es die GAP nicht. Ja, wir hatten jeden Tag, also Debatten, Debatten, Debatten. Es gab ein ganz, ganz großes Problem. Also einer der wichtigen Punkte historischer Art war die Ehrenpromotion von Wolfgang Stegmüller in Innsbruck. Und wir saßen nachher beim Feiern in der Gaststätte. Mit am Tisch war seine Frau, die Margret und Julian Niederrömelin. Und wir sprachen über die Situation der analytischen Philosophie in Deutschland. Ich weiß nicht mehr, wer von uns das Stichwort unserem Nachwuchs geht es dreckig auf den Tisch legte. Und das war ein Stichpunkt, wo ich mit Ulla und mit Christoph nächtelang diskutierte. Was können wir tun, um die Situation zu ändern? Also unser Nachwuchs war schlicht nicht existent. Der konnte noch so gut sein, er wurde nirgend wahrgenommen. Und dafür gab es einen ganz einfachen Grund. Es gab die Instrumente nicht, die auf diesen Nachwuchs eingestellt waren. Welche Instrumente sind für den Nachwuchs die relevantesten, was die Förderung des Nachwuchses angeht? Ja, das sind die Gremien, die darüber entscheiden, wer ein Stipendium bekommt, wer gefördert wird, an welchen Forschungsmitteln teilhaben kann, die in Forschungsprojekten stattfinden. Es gab keine größeren analytischen Forschungsprojekte. Nicht, weil es nicht Interesse an den Themen gab, sondern weil wir in den Gremien, die über die Bewilligung von solchen Projektanträgen entschieden waren, waren wir nicht präsent. Fast nicht präsent. Mit Ausnahmen, die dann auch eben die Erlanger Schule bevorzugten. Das hatte ich aus dieser Situation gelernt. Wenn du dich weiter engagierst, vermeide diese Fokussierung auf die dir nächststehenden. Vergiss die Feinde nicht. Diejenigen, die keinen großen Wechsel von der Nazi-Zeit zu nachher nötig hatten. Die Heidegger-Schule, unterschiedliche Varianten der Phänomenologie oder dann, was natürlich als großer Ersatz für unsere Richtungen diente, der Import des französischen Strukturalismus und des Existenzialismus. Und es gab damals keine Vertreter der analytischen Philosophie in diesen Bewilligungsgremien für den Nachwuchs. Das war also die wichtigste Motivation eigentlich, die Ulla, Christoph und mich zum Engagement bewegt hatten. Also da stand klar, wir müssen es irgendwie schaffen, die Struktur dieser Entscheidungsprozesse zu ändern. Damals war die Situation in der Hauptorganisation, die für die Forschungsprojekte natürlich zuständig ist, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die DFG. Und die DFG war damals so konstruiert, dass über diese Forschungsmittel im Wesentlichen mitentschieden wurde, über die unterschiedlichen Gesellschaften der unterschiedlichen Richtungen. Also es gab eine philosophische Gesellschaft, Soziologen, Politikwissenschaftler, die hatten ihre eigenen Fachvertretungen. Und über diese Fachvertretungen wurden die Kommissionen besetzt, wer dann entscheidet. Also war klar, wir müssen, wenn wir etwas ändern wollen, Änderungen bewirken, die zur Folge haben, dass die analytische Philosophie auch eine Stimme hat. Und das war der entscheidende Punkt. Und da dachte ich, ja, lasst uns die Verfahren angucken, wie die Fachvertreter über die Allgemeine Gesellschaft für Philosophie bestimmt werden. Da gab es die Richtung. Analytische Philosophie in dem Sinne nicht. Also der erste war Entwicklung in der DDR und der BRD damit auch. Dann zweitens, ja, Verbesserung der Situation für den analytischen Nachwuchs. Und drittens, wie steht es um die Rede- und Meinungsfreiheit in Deutschland? Und da kommt die berühmte Peter-Singer-Affäre natürlich ins Spiel. Der Lehrstuhl, den ich da bekommen hatte, der hieß zwar für Systematik nach dem Vorgänger, aber de facto war es der erste Lehrstuhl für angewandte Ethik in Deutschland. Am ersten Tag fuhr ich also vom Bahnhof mit dem Bus zur Uni raus und freute mich über diese schöne Begrüßung. Die Firma Meckle Butter hatte riesige Plakate aufgehängt. Meckle, alles in Butter. Und war entsprechend natürlich schockiert, als von Studentengruppen, ein paar Wochen später Plakate an der Universität hingen, Meckle, Faschist, raus. Warum? Ja, weil ich Peter-Singer eingeladen hatte. Da ich den ersten Lehrstuhl in Deutschland für angewandte Ethik hatte, war es ein Ding der Unmöglichkeit, auf die andernorts schon kochende Singer-Affäre nicht zu reagieren. Singer war an mehreren Orten, an deutschen Universitäten auch eingeladen, über die naturgemäß höchst brisante Thematik der Euthanasie an schwerstbehinderten Neugeborenen zu sprechen. Ein Thema, das er vor Franziskanern in Italien problemlos debattieren konnte. In Holland sowieso, in Australien und anglosächsischen Ländern war das ein Thema. Dieses faschistische Vorurteil sozusagen, dass man, wenn man Euthanasie spricht, an die Nazi-Euthanasie denkt, ist was völlig anderes als die Thematik, um die es hier ging. Eine der ersten Erfahrungen, wonach Begriffsunterschiede zu den höchst brisanten politischen Themen gehören. Aber es ging nicht an, mit zu akzeptieren, dass reihenweise andere deutsche Universitäten, die ihn eingeladen hatten, auf den Druck der Behindertenorganisationen, die bestimmte Themen nicht diskutiert haben wollten, auch vielleicht aus verständlichen Gründen, die Debatten überhaupt nicht stattfinden zu lassen. Ich hatte ihn eingeladen. Und damit natürlich das gemacht, was wir vorhatten. Flagge gezeigt. Aus ganz Deutschland kamen Busse, die organisiert waren von den Funktionären der Behindertenorganisationen, die diese Veranstaltungen verhindern sollten. Das hat nicht geklappt. Peter Singer konnte seinen Vortrag nicht beginnen. Drillerpfeifen, Lärm, Geschrei, es ging nicht. Faschist raus. Als da natürlich der Schrei Faschist raus in der geplanten Vorlesung kam, hatte ich immerhin rüberbringen können, wenn hier jemand im Raum ist, der von seiner eigenen Familie her sagen kann, was Faschismus ist, dann kenne ich einen hier in diesem Raum, der von dieser Erfahrung kurz berichten kann. Ob dieser diese Erfahrung kurz benennen darf, schweigen. Peter Singer konnte von seiner Familie erzählen. Und dann war klar, er durfte nicht zu seinem Thema sprechen. Aber ich hatte es gesagt, dass die Protestierenden das Mikrofon kriegen und ihre Einwände vorbringen dürfen, unter der Voraussetzung, dass Peter antworten darf. Und das war die spannendste Debatte, die wir zu diesem Thema jemals in Deutschland hatten. Aber es war kein Erfolg natürlich für die Funktionäre, die die Veranstaltung verhindern hatten wollen. Was zur Folge hatten, dass wir Saarbrücker, also Ulla, Christoph und ich, natürlich von da an ein rotes Tuch für die sogenannte Behindertenbewegung waren. Es war so, in Saarbrücken war für mich die Situation dann unerträglich geworden, weil mein Auftreten im Kontext der Singer-Affäre zu Verwerfungen geführt hat. Ich hatte Angst um die Zukunft von Ulla und von Christoph. Das ist die dritte Motivation für die Gründung der GAP gewesen. Wir müssen es schaffen, dass die analytische Philosophie bei solchen Fragen nicht den Schwanz einzieht, sondern sagt, das sind Themen, die man diskutieren muss. Und es geht nicht, das zu tun, was im Vorfeld des Faschismus diesen ermöglicht hat, eben die Redefahrheit in einem Maße einzuschränken, der unakzeptabel ist. Ja, dann merkte man, das geht mit der Wende sehr, sehr schnell. Schneller, als man damals zum Teil gehofft hatte. Schneller, als auch einige unserer DDR-Kollegen gehofft hatten. Und man merkte, der Zug ist abgefahren oder jedenfalls rollt. Wir müssen schnell reagieren, wenn wir noch was bewirken wollen. Deshalb der schnelle Entschluss, ein Antrag an die DFG über die Situation der analytischen Philosophie in Deutschland. In beiden Teilen, BRD und DDR. Und zwar ganz egalitär. 17 aus dem Westen, 17 aus dem Osten. Auf dieser Welle, ja, Wende, hat natürlich die DFG diese Sache in einem Schnellverfahren akzeptiert. Man konnte nicht jetzt, weil es ja in der DDR stattfand, also in Ost-Berlin, an der Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin, diese Konferenz. Von Gründung war davon nicht explizit die Rede. Aber mir war klar, wenn es eine gesamtdeutsche Gesellschaft für analytische Philosophie geben könnte, dann ist das die Chance, diese Chance zu nutzen. Und ich hatte natürlich alle Teilnehmer dabei auch schon informiert. Es könnte sein, dass wir in diese Richtung auch steuern. Also nach diesem Motto, stell die Abgrenzungsmechanismen nicht zu feinkörnig ein, ganz bewusst führende Vertreter der Erlanger Schule eingeladen. Friedrich Kambartl war auch mit dabei. Die Kollegen aus Ost-Berlin, die haben uns in diesem feudalen Zehn-Sterne-Hotel untergebracht. Es war das Hotel, in dem die führenden Größen des Ostblocks jeweils wohnten. Und diese Gründungsdebatte hatte in dem großen Funktionärshaus in Pankow stattgefunden. Wie immer in solchen brisanten Kontexten kommt sofort irgendwie eine Verschwörungstheorie rein, dass das auch sozusagen ein BRD-Versuch war, Informationen zu kriegen, die man sonst nicht kriegt. Die Konferenz lief dann so ab, dass über unterschiedliche Themengebiete Referate gemacht wurde. Überblicksreferate über die Situation der Logik in der BRD, die Situation der Logik in der DDR. Entsprechend Situation der Erkenntnistheorie, die Wissenschaftstheorie, Erkenntnistheorie ist ja erst später eigentlich durch Kutscherer wieder rehabilitiert worden. Über angewandte Fragen und so weiter. Und diese Überblicksartikel wurden diskutiert. Ich kannte die meisten Kollegen, die aus der DDR teilgenommen hatten. Die Atmosphäre war eine sehr offene. Dann hatte ich auch am Anfang verkündet, wir arbeiten daran, eine gesamtdeutsche Gruppierung für analytische Philosophie zu machen. Und wer mitmachen möchte, möge sich in die Diskussion einbringen. Es hatten in der Anfangsdiskussion alle mitgemacht. Und wir hatten ja insgesamt nur, ich glaube, zweieinhalb Tage oder drei Tage Zeit. Die ersten beiden Tage waren tagsüber mehr und mehr, also von den Diskussionen inhaltlicher Art bestimmt. Der letzte Tag sollte, wenn es zu einer Gründung kommt, der Gründungstag sein. Also am Vorabend gab es dann eine große, wahnsinnig heftige Diskussion pro und kontra Gründung der GAP. Dieser Abend verlief wahnsinnig heftig. Auch Gott sei Dank. Ich war fix und fertig. Und war überrascht über die Stärke des Kontras. Es stellte sich doch ziemlich bald heraus, dass die Vertreter der Erlanger Schule eher skeptisch waren. Die Vertreter der Münchner Richtung und insbesondere auch die Vertreter der analytischen Philosophie aus der DDR. Klar, die sagen, das ist für sie ein Hoffnungsstrang. Weil, ich hatte es auch offen ausgesprungen, ich sehe in der Gründung der GAP eine potenzielle Chance, sozusagen die wenigen analytisch engagierten Kollegen und Kolleginnen aus der DDR zu retten. Es war klar, dass es schlimmstenfalls zu dem kommt, was dann auch der faktische Fall war, dass die Philosophie DDR weit als das ideologische Fach gilt. Und von daher ein Philosoph keine Chance für Übernahme hat. In dieser Phase sagte ich, wenn es eine Chance gibt, dann nur die, dass ein Fachverband sich sozusagen verbirgt für eine gewisse Richtung, die, sagen wir es mal, ganz schwach, weniger ideologisch vielleicht ist als die andere. Und das würde ich auch heute, oder auch als fast kontextunabhängig, als eines der Kennzeichen analytischer Philosophie ansehen. Nicht, dass sie neutral ist, aber dass sie kompatibel mit Weltanschauungspositionen aller Art ist. Man kann Buddhist sein, man kann Kommunist sein, man kann Katholik sein, man kann, ja, also man kann alles sein und trotzdem analytischer Philosoph. Egal, welche Position vertrittst du, vertritt diese Position klar. Wir hatten die Tage vorher Satzungsänderungen gemacht, nachdem wir Rückmeldungen auf Vorschläge schon bekommen hatten, was noch rein muss und was nicht. Und ich war fix und fertig und wusste, also heute kommt der entscheidende Tag. Und die Kontradebatte hatte mir dermaßen zugesetzt, dass ich dachte, nee, also eigentlich, eigentlich hat es keinen Sinn. Übernächtig, wie ich war, ja, machte Gott sei Dank der Franz, Franz von Kutschera mit mir den Weg. Und er fragte, na, was sind Ihre Prognosen? Und ich sagte, ja, was soll ich auf den Dampfer setzen, wenn die Leute nicht wollen? Ein Kapitän alleine schafft es auch nicht. Dann kam das berühmte Bonmot von Franz. Ach, lassen Sie die Leute quatschen, machen Sie es. Das hat mir Feindschaften eingetragen, als ich merkte, manche spannen nicht, dass das jetzt die Gründungssitzung ist, sehen das nur als Fortsetzung der Debatte von gestern Abend. Und ich wusste, argumentativ werden wir es nicht mehr entscheiden können. Und dann war ich Gott sei Dank der, der ich auch sein kann, hemmsärmlich. Und ich sei Kollegen von der Erlanger Schule rüde übers Maul gefahren. Hat Jürgen Mittelstrass in einem Brief mich gefragt, ob das so gewesen sei. Ich würde sagen, es war so. Aber es war auch nötig, weil ich erklärte, okay, Ende der Debatte. Wer nicht mitgründen will, könne nicht nur gehen, sondern bitte möge jetzt gehen. Wir schreiten zur Gründung. Ja, damit verließen einige Leute natürlich den Saal. Ja, und das war die Gründung der Gab. Also die 1717, das sind diejenigen, die unterschrieben hatten dann die Gründung. Es waren von beiden Seiten mehr. Also man kann nicht daraus, dass Kollegen und Kolleginnen an der Tagung mitgemacht hatten, aber nicht auf der Liste der Gründungsmitglieder stehen. Also daraus kann man nicht schließen, dass die Gegner sind. Die Bedenken waren eigentlich ganz ehrenrührige und nachvollziehbare. Eines der Hauptbedenken war natürlich, es gibt doch eine Gesellschaft für Philosophie. Wir sollten nicht dem Separatismus das Wort reden, wobei ich nebenbei der geborene Separatist bin. Also einer meiner Träume wäre immer gewesen, Außenminister eines freien Allgäuers mal zu werden. Aber lasst uns doch als Gruppierung oder als Teilesektion innerhalb der allgemeinen Gesellschaft das machen. Dem Argument hätte ich vielleicht gefolgt, wenn ich mit der AGBT kurz vorher im Kontext der Singer-Affäre nicht die denkbar schlechteste Erfahrung gemacht hätte. Aber jedenfalls fuhr ich im Herbst, glaube ich, 1989 zum Treffen des engeren Kreises der allgemeinen Deutschen Gesellschaft für Philosophie nach Mainz, in der unter vielen anderen Punkten auch mein Antrag auf Stellungnahme der AGBT zur Peter-Singer-Affäre ein Punkt war. Da stand zur Debatte, kann und darf die AGBT als Gesellschaft darauf reagieren oder ist die Gesellschaft eine Gesellschaft, die sich solcher Stellungnahmen, weil sie politische und keine philosophischen sind, zu enthalten hat. Und die Position der AGBT war glasklar. Wir sind eine politisch neutrale Gesellschaft. Wir müssen uns der Stellungnahme enthalten. Und ich hatte explizit den Antrag auf Abstimmung über meine Pätition eingereicht. Die GAP soll anderer Art sein. Die soll sich bei solchen Fragen nicht der Stimme enthalten müssen. Das war aber der Hintergrund vieler Debatten. Nee, wir erklären damit der AGBT, damit sozusagen als Sezessionisten den Krieg. Und es war auch klar, dass von der AGBT das als Kriegserklärung angesehen worden war, was wir eben initiiert hatten. Wir waren ganz klar Dissidenten, Rebellen, ja, Jungtürken. Ich fand das großartig. Und ein anderes Argument, und da kann ich auch ganz offen den Namen nennen, der inzwischen auch ein engagierter GAPianer ist, Andreas Kemmerling, einer meiner engsten Freunde aus dem Eike-von-Samenik-Kreis, der hatte damals ganz explizit das Argument vorgebracht, wir, wir Analytiker, wir machen uns nur lächerlich. Wir sind so wenige. Wir haben so wenig Einfluss. Wir kriegen nie den Fuß auf den Boden, wenn es um die Ebene der DFG geht. Die Ebene der DFG, das war unser Ziel. Wir wollten sozusagen Mitspracherecht bei der DFG bekommen, was die Entscheidungsgremien für die Förderung des Nachwuchses angeht. Und da sagte Andreas, wir schaden uns nur, wenn wir sozusagen auf Kriegserklärung setzen und damit sozusagen noch, weil die AGBT bei der DFG dermaßen starke Karten hat. Sie hat alle Karten dort. Wir können keinen Joker hinlegen, wir können nur verlieren. Und wir machen uns lächerlich darüber hinaus. Das Risiko müssen wir eingehen. Das ist die einzige Chance, etwas zu ändern. Er war auf dem ersten GAP-Kongress in Saarbrücken. Ja, und ich kam nach Hause nach diesem ersten GAP-Kongress in Saarbrücken, der natürlich im Kontext mit der Peter-Singer-Affäre, das war Saarbrücken-Kochte in der Zeit, kam ein Brief von Andreas und er sagte, Georg, du hattest recht. Ich war zweimal Präsident, aber hatte bei der Gründungsversammlung schon gesagt, ich möchte die Präsidentschaft nicht für den Normalfall gleich in Anspruch nehmen, sondern wir machen im nächsten Jahr gleich einen Gründungskongress, auf dem ein neuer Vorstand zu wählen ist. Also meine erste Präsidentschaft war auch mit Absicht begrenzt auf ein Jahr. Und der GAP-Kongress war ein großer Erfolg. Es war nebenbei, glaube ich, der erste Philosophenkongress in Deutschland, auf dessen Plakaten, auf dessen Ankündigungen, auch in dessen Proceedings kein einziger akademischer Titel vorkam. Und das hat natürlich damals den jungen Nachwuchs enorm motiviert. Ich habe so, was die grobe Einschätzung angeht, die Vermutung, dass zwei Drittel der jüngeren Kollegen auf Lehrstühlen, die analytische Philosophie betreiben, ihre Stelle nicht hätten, wenn es die GAP nicht gegeben hätte. Die größte Niederlage, die war auf dem Punkt der Entwicklung der Philosophie in der DDR. Da war der Zug abgefahren. Also der erste Nachfolger für mich war Julian Niederrümelin. Und da war diese Geschichte natürlich auch in guten Händen, weil er Präsident auch der allgemeinen Gesellschaft nach der Präsidentschaft von der GAP gewesen ist. Das ist natürlich für das freundschaftliche Verhältnis beider Gesellschaften der Idealfall. Ein bisschen Bedenken habe ich manchmal, dass natürlich die GAP, wie jede Gesellschaft, Alterserscheinungen mit sich bringt, vielleicht auch bald mal eine Sezession nötig hätte oder sowas. Wer weiß. Es ist eine Frage natürlich, die ans Herz dessen geht, was Philosophie insgesamt und was analytische Philosophie im Besonderen soll. Ja, was ist die Rolle eines Intellektuellen, wenn man diesen Begriff in diesen Kontext reinbringt? Und da würde ich schon sagen, dass die GAP aus meiner Sicht schon so eine Kaderschmiede auch für Intellektualität sein sollte, die sich nicht allein jetzt auf die philosophischen Probleme beschränkt. Und das ist der Punkt, den ja auch die ganzen letzteren Präsidenten ganz klar akzentuiert haben, die Rolle unserer Art von Philosophie in der Öffentlichkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.